Ja, meine Familie im Norden, meine Familie im Süden natürlich auch und dann meine Verlobte und meine zwei Hunde, die schön wieder zu Hause unter Kaut sitzen und Chips essen wahrscheinlich. Und den heutigen Sponsor, den Alex, den Telefondantler, nicht zu viel Bier trinken zu Hause. Die Belka nochmal mit der Chance, Luba, die Belka, 6 zu 1. Wow! Hey, das ist Nummer 22, ich will nicht sagen, bester Spieler, aber das war Wahnsinn, habt ihr das gesehen? Das war NHL, das war Jason Spitzer, hey, dann müsst ihr die Eileitschaft. Ja, Maxi Franzrich, wir haben es gesehen, Luba, die Belka hat ihn ins Kreuzeck gehauen zum 6 zu 1. Zeit, Zeit! Zeit! Trotzdem Reed Gardiner nochmal mit einer Schusschance, Bitzer hat ihn gesehen. Ich bin Männer, gute Arbeit. Walsh. Arbeit, gute Arbeit, hey. Gegen. Aus! Die, 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 die! Von den Eispiraten. Zeit, Zeit, Zeit! In Person von Ole Ullef. Gute Arbeit schießen, Jungs! Auch hier die Löwen. Leme, gute Chance, klasse Block von Heinzinger. Gute Arbeit, Heinze! Wie geil denn, was für ein Abschluss! Das ist was wir brauchen, das ist was wir brauchen, das ist was wir brauchen! Alter, den hat er nicht richtig erwischt, hey. So eine Murmel aufs Tor, hey, leck mir mal. Beide. Beide Teams wechseln durch. 30 Sekunden! 30 Sekunden! Und auch heute sind die Weichen zumindest schon mal gestellt. Und dann, wie angesprochen, komme ich wieder mit der Analyse von 1, 2 Türchen. Und wenn der Maxi Franzribb die Scheiben sieht, dann hat er sie ziemlich oft. Hey, es ist schwer, wenn du alleine bist. Wie der Franzribb. Wie eigentlich in allen Spielen zuletzt. Man, wir gehen, hey! Wir sind besser als das! Oh, komm mal, Mann! Rutscht dann aber nochmal raus. Fehler, hey! Samas versucht den Querpass. Kurzer Schockmoment für Franz Repp. Oh, gut stick, Heinze! Gut stick! Lippen, aufpassen! Hier der Zweikampf gewonnen. Und dann war Krimmetsch-Holder schon in der Kabine. Der Mathieu LeMay in der Mitte. Läuft Vigneault ein. Kommt die Schleip. Läuft! Läuft! Warte, du hast dann nicht die Beine bewegt. Und dass die Jungs gut gespielt haben. Na, das sind schon wieder zwei Minuten, würde ich sagen. Da brauchen wir ein bisschen lange. Franz Repp lässt aber ablocken. Dank für Arbeit vom Tor von den Jungs, hey. Na komm, den lasse ich nicht in die Mitte, hey. Muss ja schon früher aufstehen. Ich bin brechiger. So muss das sein. Ich bin heute Kabelgeil. Willst du noch einen Gruß sagen? Ja, ich weiß schon, dass du Kabelgeil bist. Ja, dann sag mal was. Dann lass gut auf dich. Dadurch ihn auch echt schnell jetzt wieder fit bekommen. Oh, Wigneault. Schöner Save von Franz Repp. Wahnsinn. Hey, Wolfs! Trafe von Manuel Edfelder. Oh, come on! So, wir hören rein bei Maxi Franz Repp nach dem 6-1-Sieg der Tölster Löwen gegen die Eispiraten Krimmetschau. Gute Arbeit, Männer! Ja! Penny, hey, nice Gruß! No. Keine Prez. Keine Prez. Keine Prez mehr für dich. Ja, und keine Brezels für euch oder Donuts. Geht, gute Arbeit. Hey, das war Jason Smetsau. Ja? Du könntest nicht mehr ein Erzähler für einen Schauspiel? Nein, weil ich nicht die Donuts in Brezels kaufen möchte. Ja, ich würde nicht so gut auf dem Schauspiel kaufen. Gute Arbeit, Maxi. Ich habe schon zu den Zuschauern gesagt, das passiert. Auch mein Andreas Schwarz macht Fehler. So liebe Zuschauer, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber ich mache es glaube ich, muss ich mir nur überlegen, ob ich es nochmal mache.